Ich grüße euch ganz herzlich. In diesem Video beschäftigen wir uns mit dem dritten Filter der Urquelle. Das bedeutet, wir haben in der Urquelle Outdoor drei Filtersysteme eingebaut. Einmal den Vorfilter, einmal die Keimsperre und einmal den Aktivkohleblock. Das System ist so aufgebaut, dass das Wasser erstmal den Vorfilter passiert, danach die Keimsperre und dann den Aktivkohleblock. Der Aktivkohleblock ist so aufgebaut, dass das Wasser durch die Aktivkohle durchgepresst wird und somit eine Filterleistung entsteht. Eine ganz wichtige Frage ist, was kriegen wir denn durch den Aktivkohleblock gefiltert? In diesem Chart könnt ihr alle Bestandteile sehen, die von dem Aktivkohleblock gefiltert werden. Was kann die Urquelle Outdoor filtern? Der Aktivkohleblock filtert Bakterien, Medikamentenrückstände, Parasiten, Chlor- und Chlorabbauprodukte, organische Verbindung, Asbestfasern, Pestizide, Schwermetalle, Fäkalien, Rost und andere Sedimente. Gerade im Outdoor-Bereich ist es ganz ganz wichtig, dass wir Bakterien sehr sehr gut oder im Allgemeinen Keime, Parasiten sehr sehr gut filtern können. Hierfür wurden extra Tests gemacht, indem Bakterien in einer extrem hohen Bakterienkonzentration eingesetzt wurden und somit konnte man nachweisen, wie stark die Filtration ist. Man hat am Ende nachgemessen, wie viele Bakterien sind übrig geblieben nach der Filtration und es wurde alles herausgefiltert, sodass keine Bakterien auffindbar waren. Das bedeutet, wir haben hier eine sehr sehr starke Filterleistung im Bereich der Bakterien, allgemein im Bereich der Keime und Parasiten. Ich möchte noch hinzufügen, dass das hier nicht der einzigste Test war, sondern dass noch weitere Hygienetests gemacht worden sind und alle bestanden wurden. Diese Tests findest du natürlich auch auf unserer Seite www.urquelleoutdoor.de. Der eine oder andere würde sich jetzt fragen, okay, das hört sich ja alles gut an, doch wer hat denn diese Tests gemacht? Von wem wurden diese Tests gemacht? Diese Tests wurden natürlich von Spezialisten gemacht und zu den Testern gehören zum Beispiel TÜV Umwelt Berlin, Universität Bielefeld, Hochschule Magdeburg, Hygieneinstitut des Ruhrgebiets, TU Berlin, NSF und LGA Bayern. Dazu wurde nicht nur der Filter getestet, sondern auch das Gehäuse, in dem sich der Filter befindet und natürlich auch hier wurden sehr hohe Qualitätsstandards nachgewiesen. Die Filtergehäuse entsprechen dem KTW-BWGL sowie dem DVGW-Arbeitsblatt W270. KTW-BWGL bedeutet gesundheitliche Beurteilung von Kunststoffen und anderen nichtmetallischen Werkstoffen im Rahmen des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz für Trinkwasser. DVGW-W270 bedeutet Vermehrung von Mikroorganismen auf Werkstoffen für den Trinkwasserbereich. Diese ganzen Informationen findest du natürlich auch auf unserer Webseite, gerade im Gutachtenbereich findest du auch die ganzen Gutachten und die ganzen Tests. Die Urquelle Outdoor eignet sich für verschiedene Bereiche, sowie den Outdoor-Bereich, den Krisenvorsorge-Bereich, den Prepper-Bereich, sowie auch den Camper-Bereich. Dort ist es ganz, ganz wichtig, dass wir mit den höchsten Qualitäten arbeiten, da es hier wirklich um unsere Gesundheit geht. Viele Wässer in der Natur sind belastet und stehende Wässer haben auch ihre Problematiken. Somit benötigen wir die höchste Filtrationsqualität und das können wir mit der Urquelle Outdoor gewährleisten. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Falls du noch weitere Fragen hast, schreib sie in die Kommentare oder ruf einfach unsere Hotline an.